Unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, ja genau, der von den Grünen, rechnet jetzt ab mit einer gescheiterten Asyl- und Migrationspolitik. Warum das Ganze? Weil seine eigene Tochter jetzt von sexualisierten Blicken betroffen ist. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Das ist eine Meldung, wo man wirklich etwas aufpassen muss. Man darf sich nicht darüber lustig machen, finde ich. Denn er hat hier Angst um sein Kind. Und Angst um sein Kind zu haben, ist somit das Schlimmste, was man haben kann. Aber es ist doch schon etwas makaber, wenn derjenige Politiker der Grünen, der immer die Toleranz, Monstranz vor sich hergetragen hat, jetzt auf einmal einen Rückzieher macht und sagt, als Vater kann er das nicht ignorieren, als Politiker will er das nicht ignorieren. Da frage ich mich immer nur, Cem, wo warst du die letzten 20 Jahre? Wo warst du? Warst du auf Schleichfahrt mit irgendeinem U-Boot? Das ist völliger Wahnsinn, kann ich euch sagen. Cem Özdemir spricht hier darüber in einem Gastbeitrag der FAZ, dass seine Tochter nächstes Jahr Abitur macht. Und Zitat Cem Özdemir, wenn sie in der Stadt unterwegs ist, kommt es häufiger vor, dass sie oder ihre Freundinnen von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werden. Das von unserem Landwirtschaftsminister über die Probleme, die seine Tochter hat in der Öffentlichkeit. Das Interessante an der ganzen Sache ist ja, wie ist das eigentlich bei Herrn Özdemir? Das Privatleben von den Politikern ist ja eigentlich uns egal. Er ist seit 2003 verheiratet mit der aus Argentinien stammenden Journalistin Pia Maria Castro. Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Im November des vergangenen Jahres haben sie sich allerdings getrennt. Und seit 2024 hat jetzt Herr Özdemir mit der kanadischen Juristin Flavia Zaka eine neue Partnerin. Das Bäumchen wechselt die Spiel, soll ihm recht sein, ist seine private Sache. Aber wenn Herr Özdemir offensichtlich schon ein Politiker mit Migrationshintergrund dann mit einer aus Argentinien stammenden Journalistin Kinder bekommt, sind das auf jeden Fall Kinder, die man optisch schon erkennt, dass sie keine reindeutschen Kinder sind. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Es gibt hier ein einziges Foto von den Kindern. Die Gesichter sind nicht gezeigt. Das ist mit der Mutter in Berlin-Kreuzberg. Und jetzt geht es hier um die Gefahren, die die Tochter von Herrn Özdemir ausgesetzt ist. Unter anderem auch wegen der verfehlten Politik des Vaters. Was dahinter steckt, das sind die patriarchalischen Strukturen und die Rolle der Frau in vielen islamisch geprägten Ländern. Dabei zögert seine Tochter nicht, von diesen Erlebnissen zu erzählen. Und sie wollen alle nicht, dass Rechtsradikale daraus Kapital schlagen. Wenn ich diesen Satz noch öfter höre, dass Rechtsradikale kein Kapital schlagen können, dann können wir auch einfach die Demokratie abschaffen. Irgendjemand schlägt immer Kapital daraus. Egal wer, das kann man gar nicht verhindern. Die Tochter von Herrn Özdemir hat selbst schon ausländerfeindliche Angriffe erlebt. Wie das jetzt gemeint ist, ist hier leider nicht erläutert. Ob sie angegriffen wurde, weil sie ausländisch aussieht oder ob sie das nur mitbekommen hat, wo es gegen andere geht, da ist der Artikel hier leider nicht so schlüssig. Jetzt hier weiter Zitat von Herrn Özdemir. Er könne die Erfahrungen seiner Tochter nicht ignorieren. Als Vater will ich es nicht, als Politiker darf ich es nicht, schreibt Özdemir in der FAZ. Wenn wir auf das, was sie in ihrem Alltag erlebt und umtreibt, eine Antwort geben wollen, müssen wir an allererster Stelle eins sagen. Sagen, was ist. Ganz genau sagen, was ist, dass wir ein Problem haben mit viel zu vielen islamischen Migranten, die hier die Frau als Freiwillig begutachten, da sie aus einem islamischen System kommen, was die Frau keinen Pfennig würdigt. Das ist wirklich phänomenal, dass jetzt Herr Özdemir hier auf einmal wach wird. Er ist erst 58, bis zur Pension hat er noch. Ob das jetzt schon Teil der Strategie ist, Herrn Kretschmer als Ministerpräsident in Baden-Württemberg zu beerben. Wir können nur darüber spekulieren. Das heißt weiter, er sei davon überzeugt, dass es der AfD am meisten nützt, wenn real existierende Probleme, die diese Rechtsextremisten politisch ausbeuten wollen, von uns aus Angst und falscher Rücksichtnahme gar nicht erst thematisiert werden. Da hat er vollste Zustimmung, das Wegducken und das Auslassen von Problemen hat genau für die Situation gesorgt, in der wir sind. Die Etablierten verlieren immer weiter an Vertrauen. Wenn sie sich natürlich auch hinstellen mit einer Innenministerin der SPD, die dann jedes Mal nach islamistischen Anschlägen kommt und sagt, wir haben nicht genug integriert, dann ist das ein Schlag ins Gesicht von jedem in diesem Land, der genau weiß, dass es anders ist. Und die AfD, sie ist jetzt mal wieder schuld. Und der AfD soll man jetzt die Butter vom Brot nehmen, indem man sagt, wir haben ein Problem mit zugewanderten Migranten und sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen. Da kann ich nur sagen, ach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das kommen sehen? Niemand! Nein, niemand! Ist ja noch nie passiert auf dieser Welt, dass in irgendein Land islamische Männer eingewandert sind. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Wundern sich ja auch Leute bei meinem Messerradarkanal, was da für Kommentare unten drunter kommen. Für alle, die es noch nicht kennen, die tägliche Messer-Inzidenz gibt uns heute. Die Klingenchronik am Schnittpunkt der Zeit ist jetzt Messerradar. Da wird man kritisiert dafür, dass man ja wüsste, wie viele Dunkelziffern es am Tag gibt. Und das ist völliger Wahnsinn. Die Leute, die es immer noch nicht kapieren, jeden Tag zehn Stechereien, Abstechereien und dann immer die Argumente, früher war das auch so. Nee, früher war das definitiv nicht so. Früher war das ganz anders. Früher sind oft die Fäuste geflogen. Und früher gab es ab und zu mal auch einer mit einem Messer. Das, was wir heute sehen, das ist völliger Wahnsinn. Heute wird aus Gruppen von 20 Personen heraus werden dann zehn Messer gezogen und dann geht es da los. Da wollen wir uns dann sagen, das hatten wir früher auch schon. Nee, wir hatten früher Hooligans, die sich viel öfter die Köpfe eingeschlagen haben als heute. Das ist die Wahrheit. Aber wir haben zugewanderte Kriminalität, wir haben eingewanderte Kriminelle in diesem Land. Teilweise sind sie vermutlich inzwischen schon in politischer und Regierungsverantwortung. Überall, wo man hinschaut, sind es nur Kriminelle, Kriminelle, Kriminelle. Und Herr Robert Habeck ist in meinen Augen der obere Kriminelle, der, der die Bevölkerung verarscht, derjenige, der vorsätzlich falsche Angaben aus dem Wirtschaftsministerium nach außen trägt, um die politische Meinung zu beeinflussen, ist in meinen Augen ganz einfach ein krimineller Wirtschaftsminister namens Robert Habeck. Wie war das mit Herrn Greichen, mit ihrer Familienaffäre? Sie wollen mir alle erzählen, dass das nicht kriminell ist? Können wir gerne mal vor dem Gericht klären lassen, wer hier am Ende der Kriminelle ist. Robert Habeck, der Wolf im Schafspelz, der unser Land ruiniert und gesagt hat, er ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, Deutschland ist mit Robert Habeck fertig und bald wird er dafür abgewatscht. Wenn der Mann so weitermacht, dann können sie gar nicht genug Personenschutz um ihn herumstellen. Dann ist er wirklich persona non grata. Das ist völliger Wahnsinn. Mal gucken, wann dann Herr Habeck um die Ecke kommt, dass seine Söhne auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ich finde das hier phänomenal. Von Herrn Özdemir. Aber immer dran denken, nur weil er abrechnet mit der Asylpolitik, heißt das nicht, dass er auch anders denkt. Er möchte wohl Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Und da lasst euch nicht verarschen von der Grünen Partei. Die sind die gefährlichsten im Land. Das sind die ideologiegetriebene Sektenpartei im Gewand von Grün, von der Natur, dass wir schön alle drauf reinfallen. Fallt nicht drauf rein, abonniert diesen Kanal, X und Telegram. Schaut mal beim Messerradar vorbei für die tägliche Inzidenz. Ansonsten sage ich ciao. Bis bald.